Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Sonic Colors Ultimate. Heute zur der letzten Sache in diesem Projekt, der großen 99.999.000 Punkte Challenge oder Max-Punkte Challenge, nenn's wie ihr wollt. Und wie ich es auch schon wahrscheinlich halb angeteasert habe, werde ich es nicht alleine machen, denn heute ist immer ein Thema mit dabei. Eigentlich sollten mehrere dabei sein, aber nur er konnte leider dabei sein. Darf ich vorstellen? Der Wissart. Guten Abend. Ja, hier ist es fast halb neun. Ja, erstmal die Unterfragen, weil wir aufnehmen. Verstehen wir keine Zeit, ich kann nicht die ganze Zeit dabei sein. Ja, er muss leider arbeiten. Ach stimmt, muss ich auch. Ja, seltsam. Dann müssen wir nur alle arbeiten, ich verstehe es nicht. Können wir alle frei haben? Ne. Geht bei mir leider nicht. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Es kommt auch schon zu viel los, oder? Ja, mal mehr, mal weniger. Im Moment haben wir ganz schön einen Personalmangel. Ah, fühle ich bei uns, ist die Helle los. So viel zu tun. Und das meiste muss ich allein machen. Ist miese. Und ich hab die Ringe auch noch verpasst, ich bin schlecht. Ja, Zeitbonus ist nicht besonders stark in den Spielen, ne? Ne, der Ringbonus ist ja entscheidend. Pass auf, dass du langsam grindest. I know. Das ist gar nicht der Quieted-Sales, wenn der nach oben geht und so langsam ist. Ja, die meisten Punkte bekommst du sowieso durch die ganzen Wisps. Genau, das ist ja klar. Vor allem mit dem Jewel. Muss aber auch aufpassen. Ich weiß nicht, ähm, ab wann das Spiel auf Zeitüberschreitungen geht, weil irgendwann hat jeder Level ein Zeitlimit, das ist immer unterschiedlich. Das dauert, bis es erreicht ist. Ich weiß. Ich wollte dich nur warnen. So. Wisp, you know what to do. Bowling spielen. Ich bin überrascht, dass du keinen Mod installiert hast, der die ganzen Lichtverhältnisse so wiederherstellt, wie sie auf der Wii waren. Naja, es wird ein bisschen schwierig, weil ich spiele ja nicht hier auf dem PC, sondern auf der Konsole. Lame. Das war auf Lame. Ja, ich habe zu viel Zeit verbraucht. Du hast nicht auf die Energienzeige geguckt. Genau. Ach, lächle, du kannst nicht alle töten. Ja. Oh. Der wollte unbedingt auch sterben. Habe ich gehört. So ist die da der Roboter. Keine Ahnung, was mit dem falsch gelaufen ist. Ich werde es wahrscheinlich niemals verstehen. Wahrscheinlich wissen die genau, dass Orbit und Qbert beschissene Ideen sind und haben es sich gedacht, oh shit. Ja, besser jetzt gehen, als die ganze Sache zu ertragen. Genau. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt kommt dieser Riesenschwiller. War nicht? Ich dachte, jetzt kommt der Riesenschwiller. Na, der kommt in den Speed Mountain, glaube ich. Den gibt es auch hier. Ja. Aber vielleicht ein späterer Level. Ja, könnte glaube ich RQ gewesen sein. Oder im nächsten 2D-Bereich, wer weiß. Hui. Habe gehört, noch mehr Grinden. Also ich habe die Riesenschwiller bislang in meinem Leben, also aufnahmetechnisch zweimal gemacht. Privat aber schon öfters. Fick dich, Bombe. Fick dich, Bombe. Mal so eine Frage, weil ich die Version von Sonic Carlos noch nicht gespielt habe. Hat die inzwischen deutsche Synchro gekriegt? Ja, hat sie. Komplett, alles 10. Genau, der witzig ist dabei, dass sie den gleichen Text genommen haben, wie in der Originalversion. Die gleiche Übersetzung. Hat mich auch verwundert. Ist der Bug immer noch drin, dass wenn man seitlich switcht, dass man dann schneller grindet? Das weiß ich nicht. Man kann die Animationen daraus erbrechen, das ist lustig. Das habe ich schon mit der Tür geschafft. Die war zugewesen, also in der Animation, aber die war schon offen. Was wir auch mal schaffen. Oder ich habe es auch schon aus auf Bounce geschafft. Es gibt ja neue Bereiche und da bin ich mit einem Spike schon einmal rausgekommen. Das ist mega witzig. Wer es gerne sehen möchte, Part 7 müsste es sein. Du spinn mir mal. Okay, gut. Weißt du, nachdem ich irgendwann den Soundtrack von dem Spiel runtergeladen habe, da sind noch die ganzen Soundtracks bei, wenn man die Whisp benutzt. Ich hatte den Soundtrack vom Drill dabei, wenn man den unter Wasser benutzt. Den hatte ich als Klingelton in meinem Handy. Früher, heute nicht mehr. Heute habe ich einfach mal ganz normales, was auf dem Handy war. Wusstet ihr euch, dass die Credits zu dem Spiel extrem lang geworden sind? Das weiß ich. Die sind eine halbe Stunde lang geworden, glaube ich. Ja, nur weil die ganzen Hinweise sind zuführen müssen. Hinweise und vor allem in die ganzen Leute, die das Ding mit der Godot Engine geportet haben. Genau. Und jetzt Boost. Also, nur Boost, nicht den Drogenrauschen. Stimmt, so eine Weile ist ja auch schon eine Weile her. Ich glaube nicht, dass du mich dabei hattest. Zumindest nicht für die ganze Zeit. Doch, ich meine. Nein. Ich will runter. Ich bin ein Drill. Wenn, dann hattest du mich vielleicht für die Wii-Version dabei. Oder die DS-Version. Stimmt, glaube ich. So, dann kurz ein bisschen Energie verbraten. Like a Boss. Und los geht's. Man muss jetzt mal wissen, welche Röhr man benutzen muss, um das Secret zu bekommen. Ich weiß, man hat im Spiel sehr schnell Langeweile, wenn man die ganze Zeit hier mit dem Biss unterwegs ist. Naja, den Bohrer zu benutzen hat zumindest einen Vorteil. Wenn man jemals neugierig ist, wie sich Knights gespielt hat, benutze den Bohrer in Sonic Colors Ultimate und du weißt wie. Das Spiel war halt immer fast komplett 2D. Und also, was du machen musst, musst du Punkte sammeln. Ich habe eigentlich ein Kristall benutzt, aber... Ich habe eigentlich ein Kristall benutzt, aber... Wir tun mal so, als hätte ich... Fick dich. Soviel zu deinem Ring, Ding. Ja. Können wir gerade von vorne anfangen? Nee. Nee, was? Das würde ja... Die Challenge versauen würde ich jetzt von vorne anfangen. Erstens sagst du und zweitens, tu mir das nicht an. Ihr habt es gehört. Achso, könnte ich es wahrscheinlich noch ausgleichen. Beim letzten habe ich ja beim Jedi meine Ringe verloren immer. Also ich... Es ist irgendwie standard bei mir, dass ich beim Jedi die ganzen Ringe verliere. Also es ist der zweite Boss hier mit dem Schiff. Ah. Okay. Aber da ich jetzt weiß, wie ich das mit dem Jedi besser hinbekomme, könnte ich das schaffen, ihn zu besiegen ohne Ringe zu verlieren. Das könnte mir ungefähr ein paar Ringe sparen. Ich habe, ich glaube, ich muss noch ein paar Bosse, wo ich immer meine Ringe verloren habe. Immer. Ich glaube, die meisten Ringe muss ich mir in Queryon Park oder bei Astral Coaster zurückholen. Okay, Sonic, du wolltest gerade irgendwie komisch wechseln. War der, ist er nicht der Ghostie? Ghostie! Da, 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 da. Der absolute Jusess ist. Ja, im Ernst mal. Ich mochte ihn in Team Sonic Racing nicht und hier bringt er auch nichts, oder? Ja, man kann einen geheimen Bereich erkunden. Auch schön, dass die Rohre immer noch falsch angezeigt werden. Oder ist es Absicht? Nein, das ist keine Absicht. Auf der Wii siehst du die Rohre richtig und hier siehst du nur die Außenränder. Weil sie vergessen haben oder vergeigt haben, den Shader so einzustellen, dass die Rohre Vorrang haben vor dem, wie der Boden aussieht. Ich wette, wenn du den Laser nachher benutzt und einfach mal eine Weile auflädst, dann wird sich das auch zeigen, dass du, dass die Lichteffekte wahrscheinlich noch immer nicht stimmen. Was wir so einfach haben, war, dass die den, die Textur von dem Final Boss ein bisschen geändert haben. Haben sie? Ja, vor allem die Augen. Das Ding hat jetzt echte Augen. Oh. Das ist eine schöne Neuerung. Ich wünschte nur, sie hätten das gemacht, ohne andere Dinge zu vergeigen. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht sollten die Löcher, wo die Ringe gewesen sind, auch nicht mehr sichtbar sein. Das ist eine gute Frage. Das war's nicht. Ich hab's auf der Wii noch hier. Ich kann's mir sogar anzeigen lassen. Ich muss das nur starten. Da, 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 da. Ich würde sagen, wir haben genug hier getrillt. Erstmal durch, erstmal die Rüeure fisten. Macht Spaß. Wo wollen wir hoch machen? Weineut hier. Sag ich, du musst schon das zerstören. Äh, warum brauch ich nochmal, Troll? Vor allem, Act 3 war, glaube ich, auch das Level, wo ich die eine Challenge hier abgeschlossen hab. Es gibt nämlich eine ganz böse Rungenschaft. Da musst du ein Level abschließen, ohne Ringe einzusammeln. Und das kannst du nur in dem Level, auf jeden Fall, das hab ich schon ausgetestet. Die Weg ist noch böse. Nein, wir gehen oben lang. Razer, mhm. Da, 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 da. Ja, danke für, äh, das Lobspiel. Ich hab eigentlich ein Wiss, aber... ...egal. Egal, egal. Und get finished. Level 4. Ich muss dir was weniger Punktsam machen. Weg hier. Äh, die haben, was gegen mich. Hilfe. Garage. Briss. Effektiv-Punkte-Farm mit Neger. Weißt du, ich hab ein paar Witze mit Neger gerissen in der Vergangenheit und dafür hab ich ein paar fiese Kommentare gekriegt. Echt? Ja. Weil Neger und das Simp-Wort, das genauso klingt, aber anders geschrieben wird. Oh nein. Sind sich ein bisschen zu ähnlich, also... ...sag ich dazu gar nichts. Ja. Ich glaub, das reicht das mal. Jetzt kommt ja Riesen-Trill. Tschüssi. Hab ich keine Huhnsin erwischt? Ja, mach, was ich glücklich mach's. Ja, ich bin sogar scheinbar über das Gold rübergekommen. Ja, ich bin zurückgekommen. Oh, wow. Du hast aber nicht die extra Soundtracks gekauft, oder? Für Planet Wisp. Ich hab die gekauft. Warum? Stirb. Weil, ähm... Ja. Weiheit. Los. Perfekt. Nein, von mir aus ist gut. Bring Sega halt bei, dass sie die mit allem Scheiß Geld aus der Tasche ziehen können. Das macht denen bestimmt nichts. Ich habe natürlich schon den Darks bestellt, deswegen. Ja. Seit Sega versucht hat, Super Sonic als DLC für Sonic Forces zu bringen, bin ich da aber lieber vorsichtig mit denen. Ich sehe hier ganz oben bei Sega so ein paar kleine Arschgesichter und wollen für jeden kleinen Scheiß nochmal eben 5-10 Euro mehr rausholen. Und sowas sehe ich nicht ein. Sowas wie Soundtracks? Ne, ne, ne. Soundtracks, die vor allen Dingen keiner wollte. Das Spiel war ja schon komplett. Ich begrüße es, dass sie es auf eine HD-Grafik-Engine bringen wollten. Aber es ist ein bisschen übertrieben, was sie gemacht haben und vor allen Dingen der ganze Kram, der neu ist, funktioniert ja nicht mehr richtig. Genau, runter, 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 runter. Perfekt. Ja. Das ist mies, das haben die nämlich gern, dass der jetzt hier auf der Seite ist. Ja, ja, die müssen irgendwie rechtfertigen, dass der Geist dabei ist. Genau. Weil sonst ist der nämlich auch voll nutzlos. Wie er eigentlich auch sein soll. 7 Millionen Punkte. Das ist, der ist ja ein schlechter Score. Aber ich weiß ja, habe ich eigentlich schon was wie 12, 13 Millionen eigentlich im normalen Fall. Warum wohl? Hm. Ich hätte mich ja meinen eigenen Skillfronten. Das kann ich auch nicht machen. Ne, was sagt das Spiel, ist schuld. Was hast du eigentlich heute eigentlich gestreamt? Ich habe das heute nicht so ganz beobachtet. Nur damit du zuschauerst, was du genau auch streamst. Also, gestern habe ich Sonic 3D, 3D, ja, 3D Blast gestreamt und heute war es Digimon Story, CyberSleuth, Hackers Memory. War es nicht dazu, Alter? Du hast nicht, du hast nicht rein zufällig ein paar Leuten verraten, dass ich das heute streamen. Nein, habe ich halt noch nicht. Warum die Zeit, war ich gerade Minecraft spielen gewesen, weil das war halt mit Marvin so abgesprochen gewesen. Ja, aber ich habe um 10 Uhr einen neuen Follower gekriegt heute Morgen und um Punkt 3 hat sich angefangen. Naja, ist nicht an mir. Deutsche Follower vor allen Dingen. Ich wollte nur wissen, ob du was damit zu tun hattest. Ja, sei nicht. Aber falls einer von euch war, sehr gut. So muss es laufen. Hab da brav gemacht. Alle, alle kommen, alle kriegen Kicks. Schnell gucken, wo der, wo ist der Wisp? Schnell, ich brauch den Wisp. Drecke. Der ist nur One-Hit damit, ne? Ja. Ja, genau. Von allen Dingen, die sie hätten machen können, um das Spiel zu fixen, haben sie nicht an der Schwierigkeit gearbeitet. Naja, die haben dafür aber eine Urungenschaft aufgesetzt. Das heißt, du musst, also außer bei diesen Schlachtschiffen, musst du alle mit Wisp-Power töten, sonst kriegst du die Urungenschaft nicht. The sky with stars so bright, the colors feel so bright, just take my head, we're gonna reach from stars tonight. Untertitelung des ZDF, 2020